Gleich kommt ja mein Gast und da möchte ich natürlich hier im Raum noch für Frische sorgen. Und da habe ich einen Lufterfrischer entdeckt, der ganz fix zusammengemixt ist. Das geht in Windeseile und das brauchen sie dafür. Natron aus der Apotheke oder der Drogerie, ein paar Tropfen ätherisches Öl, je nach Lieblingsduft, ein Fläschchen Wodka und eine Sprühflasche. Und los geht's! Ich nehme 150 Milliliter lauwarmes abgekochtes Wasser und löse einen Esslöffel Natron unter gleichmäßigem Rühren mit dem Kochlöffel oder Schneebesen darin auf. Jetzt ist der Wodka dran. Nein, nicht trinken. Der Wodka kommt in die geruchsneutralisierende Natronlösung. Jetzt kommt das ätherische Öl dazu. Ich habe mich für Zitronenduft entschieden. Gut umrühren und nochmal 200 Milliliter Wasser mit rein. Mixen und in die Sprühflasche füllen. Das ist er, mein Dufter, Lufterfrischer. Fertig. Schade, es gibt leider kein Geruchsfernsehen, aber wenn Sie den zu Hause nachmachen, Sie werden begeistert sein. Zitronig frisch. Dafür brauchte ich nur etwas Natron, Wodka, ätherisches Öl und eine Sprühflasche. Und weil es 100% Handmade ist, weiß ich, was drin ist. Das kann man von gekauften Raumsprays ja nicht gerade behaupten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.